Hallo und herzlich Willkommen und zurück zu World of Warcraft Legion. Wir sind hier an der verhärten Küste und werden jetzt die Quest hier weiterführen. Beziehungsweise das Wort wir da jetzt hinzubekommen haben. Dann wollen wir doch mal gucken. Achso wir haben hier vorne jetzt noch was. Und dann zwischendurch noch was gelegt hatten. Mögen die Reisen sicher sein. Also komischen Signalgeber. Was wir jetzt hatten mit abzuheben. Was wir jetzt machen. War so schön. Wenn wir dieses Ding jetzt kaufen, dann können wir jetzt so eine ganz großen bösen Bosse beschwören. So ist das wie mein. So, dann gucken wir mal kurz auf die Tafel. Oh, da haben wir ja schon mal fertig. Unser komischer Brunnen ist fertig. Wir haben jetzt 88%. Könnten wir eigentlich nicht in den Magietomen bei drin stecken. Aber ich denke mal, wir werden erstmal die Kommandozentrale machen. So, haben wir gemacht. Ein bisschen schneller geht. Wir haben eine Münze erhalten. Ich denke mal, das ist die Münze, die wir bestimmt brauchen. Ne, jetzt haben wir zwei davon. Das ist ja nicht so, wie sie sind. Ah, ein Toleran kann man da was erwerben. Okay, gut. Dann machen wir mal jetzt hier weiter. Mit unserem Bau. Dann gucken wir uns das mal an, was wir gemacht haben. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall noch eine Quest. Die wir jetzt auch noch machen werden. Hopp. Sorry. So. Unser Ding ist fertig. Dann schauen wir mal. Ach, und das war es wohl schon. Hallo? Gut, wir haben die Quest erstmal kurz zur Abgabe. Bevor wir die nächste annehmen. Boah, das sieht so schön aus hier. Ich habe noch ein paar Splitter dafür bekommen. So, da haben wir doch schon. Und zwar, gut gemacht. Jetzt kann ich euch einen Segen verleihen. Solange der tief ist. Belohnung. Gehaltet den Effekt. Okay. Aha. Dafür haben wir jetzt einen Bonus bekommen. Ja, und das war es dann wohl auch schon. Dann fahren wir mal. Einen Weg machen zu der nächsten Quest. Mal ein bisschen abkürzen hier. So, mal ein bisschen schneller da hinkommen. Ja, fuck. Das sollte jetzt nicht so sein. So. Dann wollen wir uns mal gucken, ob die nächste Quest uns erwartet. Dann wollen wir uns mal gucken, ob die nächste Quest uns erwartet. Mal versuchen. Ich denke mal, da werden wir mal rüber fliegen. Dann sind wir ein bisschen schneller. Achso, wir wollten ja mal kurz gucken, wie das mit dem Ruf aussieht hier. Ah, wir haben sie immer noch freundlich. Aber da fehlt noch einiges. So. So. Und das ist unsere Kommandozentrale hier. Die ja noch im Bau ist. Aber die ist auch fast fertig. Und jetzt hier drüben ist der Magieturm, ne. Wie gesagt. Dieser hier. Aber der wird noch ziemlich lange, etwas länger brauchen, ne. Gut. Machen wir unser Ziel weiter. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung. Die Quest weiter verfolgen. So. Und wir hören uns gleich wieder. Wenn wir da sind. So. Und da sind wir auch schon. Machen wir uns weiterhin auf den Weg. Platsch. Was gut da an den Druiden ist, dass der halt so eine Schwimmgestalt hat. Dann können wir uns ein bisschen schneller fortbewegen. Ja. Was schon mal sehr gut ist. Was schon mal sehr gut ist. Das ist ja wie er da. Ist auf jeden Fall. Das ist ein Weltenboss hier. Ja. Und um euch das mal zu zeigen. Aber den kann man alleine nicht legen. Aber da braucht man schon eine Gruppe für. so und wir machen uns jetzt auf den weg für die quest guck mal wo unser ziel ist hier und könnt ihr eigentlich überall sehen außerhalb stand da aber wir nähern uns ja langsam schon mit dem ziel nicht dass er da oben drin ist ach da ist er ja schon wir haben sie gefunden so wir haben den krank wir haben damit die quest abgeschlossen und und Oh ja, jetzt noch mal eine Menge an das hier. Mal den schnell legen hier und dann nehmen wir die Bus noch zur Abgabe und gucken was uns erwartet. Und dann gehen wir die Bus noch an, und dann gehen wir die Bus noch an, und dann gehen wir so wir haben ihn gleich, dann können wir ja weitermachen, ok hat es sowieso nicht drin so, wir haben die quest zur abgabe bringen, das war der mysteriöse trank, auch so ein epic trank mal gucken wie wir hier wieder rauskommen ah, da vorne wartet nee, warte nicht hm doch, da war es war doch ja nicht so weit geladet hier ja, bei dem welten boss kann man auf jeden fall auch die neuen marken mit drin schmeißen, kriegt man auch jute epic teile bis 900 ne, wie gesagt ja 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 Gucken wir mal kurz noch was, ob wir überhaupt noch was machen können. Ne, ne, so wie es aussieht, erstmal nicht. Hier ist nur die einzige Quest jetzt hier erstmal. Wir haben zwar hier noch was, aber ist die Verteidigung der verjahrten Insel, wie gesagt, nicht wie viel funktioniert. Also noch nicht. So, da sind wir auch schon wieder. Und wir werden mal unsere Quest abgeben. Hoppala. So, und damit haben wir die Quest abgeschlossen. Und dann müssen wir gucken, was wir denn als nächstes kriegen. Also, bis er Artefakt macht. Viel Glück beim nächsten Versuch. Und 75 Ruf haben wir noch bekommen. Ja, ist nur ein bisschen schade, dass man hier nichts weiter machen kann. Erstmal. So, der wirksam. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich schon mal Ciao.